Digga, ich muss schnell mit meinem Kollegen reden. Shoo, ya big smoke! Was geht bei dir, Lo? Digga, ist der am Fressen. Ey, warum hast du ein Grimless Shake, man? Bruder, es schmeckt... Was für, Digga? Hast du schon was davon getrunken? Ja, Bruder. Junge, du bist kaputt, Digga, das soll man nicht trinken, man. Das ist ungesund, bei Gott sogar. Warum? Bruder, erst mal hast du fünf Burger... Was ist das? Hey, Bruder, ist da, Mann! Hey, wo bist du denn? Das ist doch weg genug, Mann, komm! Bruder, 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 Bruder. Ich hab dir gesagt, du sollst dich scheiß nicht trinken, Digga. Guck mal, da ist er sogar... Du Idiot! Ja. Er hat mich, er hat mich... Ey, was ist voll so vor mir? Oh mein Gott, er ist wieder... Ich bin er hat mich, aber er ist... Ey, Bruder, ich hau ab, ne? Halte, wir sehen uns hier. Warte, warte, warte. Ey, er hat sich... Auf meinen Mund. Bruder, du hast auch einen fetten Ausstieg, Digga. Bruder, Gott sei, es ist so leid, Digga, ich höre seine Musik hier, Mann! Oh mein Gott, da bist du ja! Bruder! Bruder, glaubst du, wir sind hier sicher? Warum hat Burger King überhaupt so einen komischen Keller, Digga? Oh! Was ist das? Oh! Oh mein Gott, Digga, der ganze Laden ist kaputt! Ich hab doch gesagt, Digga, er sollte diesen scheiß Shake nicht trinken. Aua! Jetzt weiß ich nicht mal, wo er hin ist. Warte mal, was? Bruder, was machst du da? Wo fliegst du? Oh mein Gott! Was? Was geht hier ab? Bruder! Ey Digga, komm, wir müssen dich erlaubt checken, Mann! Der wird uns umbringen! Mein Auto ist direkt hier, komm! Ja, Digga, scheiße, ich hab meine Daily Proteins, Digga. Scheiß Chara Shake, Digga. Bruder, dieser Shake ist nicht mehr normal, Digga. Ey, sorry, dass mein Auto so langsam ist, ja? Bruder, ich hab jetzt gerade in einen Sitz gefurrt. Tut mir leid. Digga, du bist so ein Köter, ne? Gut, komm, komm, mach, komm! Mach! Mach auf! Mach auf! Du Nackenfalte, Digga! Hoff! Pickle, geh! Oh mein Gott! Hey, geh vor, geh vor, geh vor! Er hat ein Pumgap, pass auf, pass auf! Pass auf, er hat ein Pumgap, pass auf! Äh, geht geht's? Ich werde immer wieder stimmen, aber... Oh mein Gott! Was war das? Nichts. Oh mein Gott, nackter Mann. Ey, wir müssen das Feuer ausmachen hier. Nein, Feuer questioner. Oh mein Gott! Ey, wir müssen das Feuer ausmachen hier. Nein, Feuer questioner. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte, ich küsse das Feuer aus. Ja, wir machen das Feuer aus. Scheiße, klappt nicht. Scheiße, ich hab keine Idee mehr. Warte, lass weitermachen. Läuft sich ein Counter? Ich sterbe ihn gleich? Ey, hier unten ist irgendwas. Warte, ich mach das kurz weg. Ey, da drunter liegt einer. Kommt nicht in meinen Weg, kommt nicht in meinen Weg. Wow, fassig, fassig, fassig. Hey, jetzt hast du die Ratte verbrannt. Ey, lauf nicht zu mir. Wie soll ich das eintun? Mein Arsch. Hättet ihr auch mal irgendwelche Stühle zu werfen, Digga? Dann bäub dich mal rüber, Digga. Oder die wollen da Holz in den Arsch von irgendwem reinschieben, Digga. Ey, 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 ey! Was denn? Ey, 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 ey! Nur mal ein Monkey, Alter! Bro, das ist der Spot hier. Lass mich jetzt chillen, Digga. Ich grinde einfach auf. Zeig mal, zeig mal, zeig mal! Nein, du, ich zeig sie! Okay. Ey, man kann die Toiletten aufmachen, weiß? Ey, hier ist nochmal so ein Holz. Mein Gott, hört ihr das? Nee. Wer flüstert hier? Nimm die Stimmen, ne? Guck, du Scheiße! Junge, komm doch hier, Wichser! Was ist los mit dir? Die Tür geht nicht mehr auf! Ey, 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 ey! Oh mein Gott! Sprich sie an, sprich sie an, Bruder! Das ist für dich. Der sieht schon nice aus. Sprich sie an, sprich sie an! Hey, du Rizzler! Ey, ich bin da! Mach die Kacke weg, Digga! Mach diese Waffe! Wir müssen noch irgendwas finden, um das Feuer auszumachen am Anfang. Weil da war ein Schlüssel. Und hier ist ein Schloss. Das ist das Schlossprinzip. Was ist das für ein Sword-Effekt? Oh mein Gott, Jungs, was hab ich hier gefunden? Bro, ist das Gamer-Girl! Wo bist du denn? Ich bin am Anfang! Komm mal her! Oh mein Gott! Hast du uns gefefferspread? Oh mein Gott! Ey, die Türen gehen zu! Wie fliegt man, Digga? V! Wurde hier so'n Typ mit Rücken zu uns! Oh mein Gott, E-Girls! Auge! Ey, Tür ist offen! Auge! Immer wenn ich spiele, Tick bin! Auge! Oh mein Gott! Ey, Jungs! Ich bin mit Feuerlöscher gespawnt! Nein! Ich habe die Karte geworfen! Ich habe die Karte, Guys! Warte, ich musste dich kurz anbrauchen, dann bist du gesungen! Ey, weißt du Tür? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jungs! Warte, du musst ja zum Schloss fahren! Ja, ja! Hier war gerade ein Jumpscare! Die gehörten oft zu fliegen, Leute! Oh mein Gott! Ey! Oh, er gleitet rein! Wo sind wir jetzt? Gaming? Warte, warte, warte! Schön auch! Das ist Video, wie geht es an sie. Welch, dieser Scheiße! Das ist an sieger. Das geht wirklich nicht. Möch benthaft! Da ist jemand Ashken, die da sein. Okay, so ist es ein trieppe , oder? Wie, das ist gut? Wie, deine Ehren ist cran- Wie geht's plan!